moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal ja ihr seht schon thema des tages nein thema dieses videos denn thema des tages waren eigentlich ein paar andere sachen thema des jetzigen videos sofern taschenlampen ich hatte euch die sc 31 ja schon vorgestellt die sf 14 version 2 habe ich ja schon was länger ist mittlerweile auch meine go to edc lampe ja heute der erste tag der normalzeit der winterzeit von jetzt dann ist es obligatorisch dass ich tagtäglich wieder eine lampe einstecken habe das heißt eine befindet sich entweder in der rechten hosentasche oder in der rechten jackentasche und wenn sich alles so ergibt wie das die jahre vorher war dann wird eine taschenlampe zusätzlich noch in meinem rucksack sein die im rucksack ist dann meistens eine die etwas stärker ist jetzt habe ich erwähnt dass die sc 31 so die perfekte taschenlampe für hundespaziergänge etc ist trotz der 186 50 186 150 er die zimionen zelle hat sie einen output von gerade mal 610 lumen waren es glaube ich dadurch natürlich eine längere laufzeit als eine lampe mit einer höheren leistung ideal also für leute die die woche über mit ihrem hund spazieren gehen und die lampe vielleicht nur einmal in der woche aufladen möchten positiv natürlich die möglichkeit die lampe über usb direkt zu laden ich muss den akku also nicht entnehmen ich muss kein akku ladegerät besitzen ich kann über mein smartphone ladegerät über usb direkt in der lampe laden ganz hervorragend aber sofern hatte noch ein modell im sortiment mit fast der identischen größe wie die sc 31 und mehr als der doppelten leistung und das ist die sp 32 av 20 ja das ist wieder mal so ein sehr langer name aber wenn man dann irgendwann mal raus hat wie das ist mit sp und sc dann kriegt man das einigermaßen auf die kette ja hier ist das schöne stück ich zeige euch gleich technischen daten in dem handbuch denn hier gibt es noch ein paar besonderheiten die ich euch dann gleichzeitig noch erklären kann wir haben wieder kein teil klick sondern einen seitlichen taster dieser gibt über eine farbige led den ladestand der batterie an wir haben verschiedene modi durch die durch switchen kann das sind soweit ich das jetzt im kopf ab fünf lumen 50 lumen 160 lumen 500 lumen und wieder zurück fünf lumen auf der kleinsten einstellung sage ich immer wieder ist mir sogar noch zu viel ich habe gerne einen echten firefly also ein lumen oder sogar 0,5 das ist wirklich eine zahl die ausreicht wenn ich nachts irgendwie einfach nur die wasserflasche suche oder keine ahnung draußen unterwegs bin den den reißverschluss vom zelt finden möchte dann reichen reichten lumen vollkommen aus fünf sind prima und ich habe glaube ich mit den fünf lumen hier knapp elf tage laufzeit mit mit nahkuhladung also das passt schon danach 50 das reicht für fast alle gelegenheiten aus 160 ist schon richtig licht 500 ja und von 500 zum zum turbo modus den erreiche ich über einen doppelklick ist fürs auge dann schon richtig schwer turbo modus in dem fall 1300 lumen ja ansonsten optisch eigentlich gar nichts besonderes die lampe ist genau das was man erwartet sie hat keinen allzu großen kopf das zeigt auch direkt sie ist kein thrower die led sitzt doch relativ tief in einem glatten reflektor im sc in der sc hatten wir ja einen orange peel reflektor zumindest leicht orange peel hier haben wir einen glatten reflektor das deutet darauf hin dass die lampe vielleicht doch ein ganz klein bisschen mehr throw hat ein ganz klein bisschen mehr reichweite als die andere das ist bei den 1300 lumen natürlich eh zu erwarten ansonsten ein cooles cooles teil 2200 milliampere stunden ist die kapazität des akkus in der sc 31 hier ist natürlich ebenfalls ein akku im lieferumfang enthalten wunderbar geschnittenes gewinne übrigens auch hier aber wieder 60 61 flugzeug aluminium und hier haben wir tatsächlich 3000 milliampere stunden ich gehe mal davon aus dass die tests wieder mit einem 3500er gemacht wurden unter laborbedingungen wie das dann immer so angegeben ist aber hier ist schon mal ein echtes upgrade hat ein 3000er gegenüber dem 2200er das wird auf die laufzeit eine sehr positive auswirkung haben gefällt mir ja ansonsten ist euch vielleicht direkt aufgefallen keine möglichkeit die lampe direkt zu laden das heißt hier muss ich den akku zum aufladen definitiv entnehmen ja ansonsten nichts spektakuläres an dieser lampe wieder ein sehr funktionaler clip es ist ein ganz schönes stück das immer noch aus der hosentasche rausragt macht mir bei dieser lampe aber weniger sorgen als bei der kleinen die kleinen ich habe den clip zwar dran aber die lasse ich immer komplett in die hosentasche gleiten denn da habe ich angst dass ich die verliere und das wäre wirklich schade auch wenn sie nicht besonders teuer war ja und jetzt schon das was eigentlich immer ans ende des videos gehört vielleicht werde ich nachher noch mal erwähnen aktuell über amazon 20 prozent aktion beim kauf eines artikels also ihr müsst gar nicht mal einen zweiten artikel kaufen wenn ihr bock habt auf diese lampe darunter ist ein feld kästchen aktivieren der gutschein ist dann für eine bestimmte zeit gültig könnte auf den kaufpreis von 35 36 euro noch mal 20 prozent rabatt einheim sind und dann ist das ding wirklich ein schnäppchen denn ihr bekommt nicht nur die lampe sondern im lieferumfang enthalten klar kleines usb kabel jetzt fragt euch warum usb kabel wenn das ding doch gar nicht aufzuladen ist lanyard und dichtung ja und dann habt ihr ein ladegerät dabei natürlich karo einfach das ding hier ist ja so einfach wie ein ladegerät nur einfach sein kann feder gelagert akku rein usb entweder an laptop oder ans handy ladegerät oder was auch immer funktioniert glaube ich auch mit der powerbank ich habe es noch nicht ausprobiert falls es nicht funktioniert werde ich dann noch ein video nach legen gehen wir mal davon aus dass es funktioniert ja und dann habt ihr den 3000 milliampere stunden akku relativ nein zügig ist quatsch um ihn zügig aufzuladen braucht ihr ein vernünftiges ladegerät nichtsdestoweniger habt ihr wenn ihr kein ladegerät besitzt hier im lieferumfang eines enthalten und im zweifelsfall selbst wenn das hier mit mit schlechtesten bedingungen 0,5 ampere output 0,75 ampere ist nicht die welt immerhin habt ihr hier die chance das ding wieder aufzuladen felizium batterien da sind angegeben welche größen reinpassen 26 56 50 also die monster bis runter zum 10 400 440 also da geht schon eine ganze menge cool wenn man es hat schlecht wenn man es braucht und nicht hat dementsprechend netter bonus schönes paket geschnürt von sofern das licht das kann man hier natürlich in keinster weise irgendwie erahnen hat meiner meinung nach wieder so ganz 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 leicht grünlichen tint rund um den und um den spot das ist stört in keinster weise man merkt es wenn man gerade auf eine weiße wand strahlt dann dann sieht man eine leichte verfärbung ansonsten gerade draußen in der natur wenn du auf dem auf dem feldweg unterwegs bis oder vielleicht sogar durch den wald unterwegs bis im dunkeln ich bin sicher man wird es nicht bemerken das licht ist recht angenehm ich würde es fast noch als neutral weiß nicht als kalt weiß klassifizieren allerdings habe ich die genauen zahlen nicht deswegen ist das nur mein subjektiver eindruck den ich euch hier wieder gebe ansonsten kurz noch wie versprochen die zahlen denn es kommt noch eine besonderheit bei dieser lampe jetzt hoffe ich dass das fokussiert ja so wir haben insgesamt sechs modi strobo haben wir auch noch ich glaube der dreimal klicken testen mal kurz dreimal klicken da kommen wir in den strobo zweimal klicken turbo einmal klicken und durch switchen die einzelnen modi ja und da seht ihr es noch mal 550 160 500 lumen turbo 1300 lumen 1300 lumen selbstverständlich wird runter geregelt wenn sie heiß wird das wird auch noch irgendwo stehen mit sicherheit turbo wird nach drei minuten automatisch runter geregelt um ein überhitzen zu verhindern ja und dann haben wir hier noch ramping so geht von eco zu turbo so und das ist was was ich bei lampen einfach tierisch liebe ich habe meine emissar d4 tie und weiß abgleich direkt mal abgekackt so die hat wirklich ein warm weißes licht einmal länger drücken beginnt sie bei ich glaube es ist ein lumen so und dann gedrückt halten und das ding geht hoch und zwar richtig maximalleistung sind bei der glaube ich über 4000 lumen das ist ja und wenn ich jetzt die lampe habt eben gesehen ich kann hier ganz normal durch den klick kann ich durch die einzelnen modi cyclen wir haben vier ganz normal doppelklick für den turbo dreifach klick klick für den strobe macht insgesamt sechs modi wenn ich jetzt den knopf mehr als drei sekunden gedrückt halte bekomme ich eine rückmeldung mit einem doppelten blinken genau dann ist sie sogar an so und dann habe ich die möglichkeit hier rauf und runter zu rampen jetzt war sie hoch durch dieses einmal flackern zeigt sie an dass sie in der niedrigsten stufe angekommen ist wieder drücken und ich habe das up ramping dann geht's hoch bis es einmal blinkt und mir anzeigt ich bin ganz oben angelangt so mein smartphone kackt jetzt gleich wahrscheinlich total ab weil es ständig den weiß abgleich so dramatisch regeln muss das ramping ist meine bevorzugte benutzungsweise dieser lampe finde ich toll dass eine lampe in der preisklasse diese funktion mitbringt ich habe die volle leistung von 5 rauf bis 1300 lumen ich muss keinen doppelklick machen oder sonst irgendwas strobe sollte jetzt beim doppelklick funktionieren doppelklick ist nach wie vor turbo dann ist auch hier strobe dreimal gut das ding wird von mir nicht als taktische lampe genutzt ich glaube nicht dass ich ihn strobe außer zu spaßzwecken überhaupt jemals brauchen werde von daher ist mir egal dass ich da dreimal klicken muss das ramping finde ich toll einfach so lange gedrückt halten bis es hell genug ist und dann lasst ihr den knopf einfach los und dann hat der licht und dann drückt dann nochmal und die lampe ist wieder aus finde ich super ansonsten ist man ein bisschen zu festgelegt auf die vom hersteller festgelegte reihenfolge und intensität so gefällt mir das ganze doch deutlich besser und wie gesagt das war für mich das highlight an der kleinen emisar nicht nur die extreme leistung selbst mit einem 18 350er sondern dazu dann noch die möglichkeit stufenlos das licht hoch und runter zu regeln ja und das kriege ich jetzt in einer 35 36 euro lampe immer im hinterkopf behalten ihr kriegt im moment 20 prozent rabatt auf dieses modell müsst dann einfach nur und das häkchen setzen diesen rabatt coupon in anspruch nehmen und wenn ich dann noch mal 7 euro sparen kann meine güte kostet 28 euro und ein paar zerquetschte bomben deal bomben deal wie gesagt kleines ladegerät ist noch mit dabei für alle fälle gerade für den urlaub ganz nett eine powerbank wird man dabei haben ladegerät für smartphone auch kann ich gleichzeitig noch sämtliche akkus meiner lampen mitladen prima sache sofern sp 32 v2 sp 32 a v2 0 analog zu der sf 14 a v2 0 ja mouthful wie der franzose sagt in diesem sinne ganz ganz herzlichen dank fürs reinschauen links zu den lampen selbstverständlich unten in der beschreibung ein klick und ihr seid direkt da wenn ihr interesse habt ich werde alle drei noch mal verlinken die ideale lampe fürs spazieren gehen mit dem hund alles zwischen ich sag mal oktober und märz ist da prima abgedeckt tolle edc lampe die in der hosentasche kaum auffällt ja und die kommt auf jeden fall als notfall lampe mit viel licht in den rucksack und ja doch dort wird sie mir sicherlich immer dann zur verfügung stehen wenn ich sie mal brauche euch ganz herzlichen dank fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend wunderschönen nachmittag was auch immer wann auch immer ihr dieses video schaut und ich sage wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bei bei